Die Reformulierung ist ein hochgradig komplexes System. Wir sind involviert in acht Forschungsprojekten, die insgesamt über zwei Jahre durchgeführt werden. Das Schöne ist jetzt, das eine ist die Fettereduzierung um 50 Prozent, was wirklich ein Wort ist, 50 Prozent. Und das andere ist, man bekommt noch die positiven Eigenschaften des Gemüses dann in die Wurst rein. In der Schwarzwurzel ist Inulin und Inulin ist ein präbiotischer, leicht süßlich schmeckender, natürlicher Ballaststoff, der in vielerlei Hinsicht wirklich von Vorteil ist. Das bedeutet gleicher Geschmack, im Idealfall, aber gesünderes Fett. Es wird also das Palmöl, was nicht besonders positiv besetzt ist, ersetzt durch Rapsöl. Wir haben die heimische Rapssaat, das stärkt unsere Landwirtschaft. Und von der ernährungsphysiologischen Seite ist Rapsöl genau das Öl, was heute von den Ernährungswissenschaftlern empfohlen wird. Wir haben bereits in den verschiedenen Regalen eine Reihe von Produkten, die reformuliert sind. Wir erhoffen uns durch die nationale Strategie zur Reduktion von Fett, Salz und Zucker, dass mehr Produkte in die Regale kommen und dass die Verbraucherinnen und Verbraucher diese Produkte auch annehmen. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.